Wie ist die Stimmung? Wie seid ihr drauf? Ich muss sagen, die Stimmung ist gut. Wir sind jetzt vierter Platz. Wir können natürlich zufrieden sein mit der Leistung, die wir jetzt haben. Wenn es gut läuft, ist die Stimmung natürlich auch viel besser. Ich kann mich jetzt 100 Prozent auf Hamburg konzentrieren, diese Saison. Und natürlich auch nächste Saison und ich freue mich. Ich finde, wir können zufrieden sein. Natürlich fehlt der fünfte Platz. Natürlich haben wir auswärts nicht so gut gespielt und Punkte liegen lassen. Ich hoffe, dass wir dann in der Rückrunde etwas ändern können und auswärts auch viele Punkte holen. Auf jeden Fall, so wie gegen Ham von der Abwehr aus, erstmal gut stehen in der Abwehr. Und dann zweite Räder laufen und einfache Tore machen. Das ist, glaube ich, was wir brauchen, um einen Sieg zu nehmen. Am 17 ist gut drauf. Die haben jetzt auch zweimal hintereinander gewonnen. Und ich glaube, es wird schwierig, aber ich glaube, wir holen die Zeitpunkt um. Um, das war Dirk, das war Dirk. Aber sie ist gut drauf. Und das war Dirk.